Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack 4 mit dem lieben JB und dem lieben Kunga. Hallo. Guten Tag Ihnen. Hallo, wie geht's? Ich habe mir die besten Leute rausgesucht, auf die man sich nicht verlassen kann. Ja. Yves hat immer so eine sehr angenehme Stimme beim Start. Hallo Jens. Hallo. Ich habe eine provisorische Brücke gebaut. Das ist gut. Das ist sehr gut. So können wir besser leben. Yves, unsere ist noch nicht ganz intakt. Warte, wir lassen die bis der Ende der Sache tot ist, okay? Okay. So wird das wahrscheinlich sein. Aber können wir die mit Blümchen schön machen? Oh Alter, der Mond geht schon hoch. Ich raste aus. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt... Ich muss schnell unterirdisch. Ob das überhaupt... Hä? Achso, das ist jetzt eure Brücke, ne? Okay. Ich dachte gerade, scheiße, bitte. Ja, und die zu dir, die steht schon so ein bisschen. Ja. Ich habe richtig Angst, Hade, vor der ersten Nacht. Ja, aber wie sind denn die Mops und so? Pasch. Nein. Doch, es steht auf hart. Ich habe es nicht vergessen. Klar steht es auf hart. Craft Attack. Fuck. Vielleicht führst du die ersten Creeper-Explosion. Oder gleich irgendwie. Oh ja, deswegen sind wir hier oben auf jeden Fall sicher, was das angeht. Geht so. Also hier kann keiner von uns das kaputt machen, wenn wir alles ausleuchten. Ich mache... Ich mache mir, glaube ich, jetzt mal so provisorisch so ein kleines Heim hier an die Seite vom Berg. Ich glaube, ich muss gleich niesen, ey. Yves, hast du schon mal einen Club? Ein was? Ja. Ein was? Ein Club. Ein Club. Ein Club? Ein Club. So in der Club-mäßig? Die Club. Die Skothek. Die Skothek? Nee, hatte ich schon nicht. Schade. Och man, Jens, meine Treppe ist so dumm gemacht. Ach, Yves. Du bist schon so. Ist das witzig. Och Yves. Wir haben uns immer noch direkt Anschluss an der ersten Folge dran hier. Falls ihr euch wundert. Ja, wir haben aber noch eine Brücke gebaut. Ja, wir sind die Brückenbauer. Zwei. Ja, ähm. Bob, der Meister. Können wir gestern? Krass, ich habe mein Haus wiedergefunden. Äh, meinen Berg. Yves, so heißt er. Ja, genau. Oh, was? Alter, die, ähm, Zombies, die können echt gut hören. Kann das sein? Hören, ja. Sehen, auch. So. Erstmal hier, boah, ich hoffe, ich finde Kohle. Leute, ihr werdet jetzt erst ein bisschen leiden müssen. Warum jetzt gerade mal so eine Lehmhütte hier hin? An meiner Insel. Ich glaube, ich muss diese, diese Spitzenbergen, diese Spitzenberge hier komplett abtragen. Jens ist in Spitzbergen. Ja, Jens, ich glaube auch. Ja, dann macht es sich mir noch, also, ich glaube, ich werde jetzt auch erst mal Ressourcen, die die nächsten Folgen sammeln und werde dann mal abstimmen, beziehungsweise mir überlegen, in welchem Style ich baue. Aber ich hatte erst mal überlegt, so ein Candyland zu bauen. Mach, mach chinesisch. Das ist eine coole Idee, Candyland. Mit so Lollipops, die aus der Erde. Genau, und so Schoko-Zeug und so Lappritzschmecken. Und dann machst du so, dann machen wir eine Mod, dass es Kacka gibt als Flüssigkeit und dann sagen wir das Schokolade. Ja, dann sag ich, Noah, ich brauche braunes Wasser. Genau, dann sagt er kein Thema. Wir machen das noch so, dass es sieben, acht Buffs gibt und drei Monate Spielzeit bei WoW. Das macht der eigentlich in Common Flux. Wie viel hydriert Wasser? Vier Blöcke, ne? Oder fünf? Sieben. Das fließt sieben Beine. Ja, hab ich jetzt das Ding unten? Ja, aber wie viel das hydriert? Wie hydriert? Ja, also so feucht macht. Ach so, vier, vier. Vier Blöcke. Vier, ne? Boah, ich weiß doch, wie ein Herd geht. Ich bin so der Oberpro. Vor allem Herd. Und ich habe sogar Kohle. Kann mir jetzt Hütchen braten. An die Zuschauer, ich versuche jetzt so schnell wie es geht, Eisen zu finden für Eimer. Damit wir uns, ähm, eins, zwei, drei, vier. Ich baue übrigens gerade auf deinem Berg das Feld, Mito, ne? Ja, okay. Dankeschön. Eins, zwei, drei, vier. Bitteschön. Ich höre Lava. Ja, hier unten ist doch unter mir direkt Lava. Ne, ich meine aber in der Hülle. Also, ich suche, ich bin ja gerade unterirdisch aktiv. Ach ja, Jens. Hinter meiner und hinter deinem Berg Richtung Spawn. Ja. Es sind noch so zwei fliegende Platten. Warte. So fliegende Inseln. Die müssen wir auch auf jeden Fall benutzen. Ja, ich seh's. Ich seh's. Die müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch benutzen. Da ist Eisen. So, meine lieben Freunde. Vielleicht können wir zu späteren Zeitpunkten da auf jeden Fall irgendwie noch Farmen draufpacken oder so. Wir müssen auf jeden Fall Blümchen erstmal hin. Farmen draufpacken, stimmt. Das sieht auch schön aus, ne? Und Schilder, wie? Oh, warte mal. Schilder. Cool. Zwei Eisen. Danke. Da ist noch. Ja, Wolski, noch mehr. Ja, Wolski, Wolski, Wolski. Also, vier Eisen. Schilder, glaube ich. Ne, wie ging denn Schilder nochmal? Ach so, ich weiß. Weißt du wie? Oben und drei, äh, da unten. Richtig, eins unten. Genauso. Boah, ey, was ich hier alles noch weiß. Die Leute sind stolz auf mich. Was, Jens? Ich hab nicht genug Zäune, Mann. Ich muss jetzt extra einen Baum fällen geben. Eventuell musst du ein bisschen Holz abbauen. Eventuell meine... Lass noch mehr Eisen. Jippie, ja, jippie, ja. Ach doch, ich hab doch noch Holz. Aber das ist hässlich. Okay, Jens, ich hab genug Eisen. Ich hab genug Eisen. Ich trau mich gar nicht raus. Hol noch mit für mich auch. Ich möchte auch einen Eimer haben. Ja, ich mach zwei Stück direkt. Weil ich hab keinen Bock, ähm, äh, hoch, zweimal runterzulaufen für Wasser. Der Masch direkt unten, Quelle. Ja. Oben bei uns, meine ich. Oh, guck mal, Leute, was ich alles noch weiß. Wie man Fackeln macht. Mein letztes Video, abgesehen das von gestern, ist ein Monat her. Bei mir vier Monate, glaube ich. Craft Attack oder Video überhaupt? Video überhaupt. Okay. Weil, äh, bisschen Leben und so. Ja, ist doch bei mir ähnlich. Ich bin nicht so wie Reva, wie Vollzeit-YouTuber. Ne, ist auch gut so. Aha, das sage ich dem jetzt. Das sage ich dem jetzt. Revi, Yves sagt, du bist voll der Nazi wegen Vollzeit-YouTuber. Nazi wollen wir nicht sagen, ne? Okay, nicht sagen. Warum nicht? Ne, das ist nicht schön. So. Was jetzt mit Essen? Ähm, ich hab fünf Steaks. Ich hab auf meiner Insel fünf Hühnchen, aber ich... Knochenmehl? Knochenmehl, nein. Warum nicht? Ich glaube, ich geh mir mal... Ich mach mir direkt ein Gatter. Guck mal, ihr habt schon Spark direkt mit dem Ha... äh, mit Zaun direkt Haus geklärt. Bist du da unten im Tal? Bei den... Bei den Creepern und so, ja. Bist du das, der da gerade Richtung Strand läuft? Ja, das bin ich. Schieß den ab mit Pfeil und Bogen. Ich will mich hier ein bisschen, äh, kurz sesshaft machen. Weil dann mach ich mir jetzt nämlich, äh, mein Eisen, welches mir zusteht. So. Aber wir dürfen... Aber wir machen auch hier Offscreen, ne? Also... Klar, du kannst drei Tage am Stück cracken, wenn du willst. Eigentlich kann ich hier ein bisschen Sand mitnehmen am Strand, so dass es keiner merkt. Wofür? Für Glas bisschen? Ja, warum nicht, oder? Boah, wisst du schon? Ich hab hier noch so einen Lehmunterschlupf, ey. Seid ihr schon bei Glas, oder was? Wie geht ihr noch mal? Ah ja, genau. So, ne? Wie viel Platz muss noch mal zwischen Bäumensatzlingen sein, dass die wachsen? Keine Ahnung. Egal. Echt? Ah ja, stimmt. Ich hab schlechte Erfahrungen gemacht, wenn da direkt daneben so Grashalm oder so ist. Direkt neben dem Setzling. Hab schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ich weiß nicht, ob das so bei Modpacks war oder generell so. Hast du da schlecht die Bewertung geschrieben? Ja, am Amazon. Minus drei. Ja, ich warte da mal ab, wie die wachsen. Ich hab noch keinen Mob gesehen. Ich lebe hier unten ein bisschen mit Spinne, Peter. Aber Revi wurde ja schon abgeschossen vor dem Skelett, also sind welche da? Ja, ja. Es sind auf jeden Fallmonster da. Als ich den Server eingerichtet hab, hab ich auch schon welche gesehen. Kann ich bezeugen. Ich wollte auch sagen, sorry übrigens, wenn ich ein bisschen weniger rede oder sowas, aber ich bin einfach so krank. Eventuell ist das nicht schlimm. Eventuell ist ein bisschen krank. Eventuell ist eventuell ein bisschen krank. Mein Headset fuckt mich so. Jens, hast du eigentlich Facecam an? Nein. Warum? Beleuchtung ist doch voll vital. Ja, ich hab aus Gründen keine Facecam an. Gründen. Nein. Creeper. Oh, ist noch ausgewischen. Oh, da geht die Sonne auf. Die Sonne geht gleich auf, Leute. Gleich, gleich. Hier sind noch so viele Schweine, ich will die alle leben lassen. Ich überleg gerade, was ich hier vom Berg alles für mich beanspruchen werde. Ja. Alles, nimm den ganzen Berg. Ja, mach ich auch. Also, klar, den ganzen Berg. Das ist für eine Frage. Aber ich werde den, glaube ich, begradigen müssen. Oben wird weggetragen und so. Nico, ich werfe zwei Eier in die Umzäunung bei dir. Und es ist nichts passiert. Leute, ihr müsst übrigens, ich wollte nochmal kurz den Zuschauern sagen, dass sie natürlich bei allen die Folgen gucken müssen, weil die müssen natürlich gucken, wenn Intrigen gegen uns gesponnen werden oder gelästert werden wird, dann muss das natürlich, müsst ihr, müsst ihr es uns sagen, unsere Ohren und Augen sein und ihr müsst es alles anschauen. Ich gucke mir ja nicht freiwillig irgendwie ein Video von Regian oder so. Na ja, ist klar. Also, wäre voll cool, wenn ihr mir das schreiben könntet und natürlich auch dem, äh, uns allen anlässlich sein. So, uns dreien. Oh, das ist ein Enderman. Nein, das ist ein Enderman. Töte den. Nein, der tötet mich doch. Töte du den. Töte du den, genau. Warte, ich muss mein Essen securen. Ich glaube, ich habe gerade den Name-Tag gesehen. Ja, ich bin doch jetzt gleich da. Mit zwei Eimer. Wir haben die Kohle übersehen. Ich kriege den noch nicht kaputt, den Enderman. Ja, da ist Wasser drin, den Eimer. Boah, der haut mich mit, was? Ihr habt gesagt, ich soll den töten. Nein. Ja, aber warum hast du es denn nicht gemacht? Ja, weil ich, äh, Mann, oh. Yves, ey. Aber das Coole ist, ich kann jetzt mit einem Sprung zu meinem Werkzeug. Bis wieder zu Hause. Aber ich springe natürlich nach unten, weil ich unten was einsammelde. Ach, ich habe gar kein Werkzeug. Ach, egal. Yves. Ich sehe dich, Yves. Ja. Wo? Ich höre dich buddeln. Mich? Ich bin hinter dir, Mann. Nee, ach, hier. Ach, warum? Aber bin ich denn verletzt? Danke. Ich hatte doch Elytra. Yves. Ja. Die Brücke muss vollendet werden. Nee, ich muss erst was zu essen finden, sonst kann man suchst noch so viel Brücken. Ja, ich kann dir auch was geben. Essen, essen. Und Blumen muss ich pflücken. Ja, die kannst du dann direkt mal auf unsere Brücke platzieren. Das ist auch, da hinten ist auch eine geile Insel. Die schwebt in der Luft, so ein Berg. Der ist ja geil. Aber kann man sich ja im Prinzip auch selber bauen, indem man einfach unten aushöhlt, ne? Stimmt, ich glaub, sollen wir das machen? Weiß so viel Arbeit das ist. Man kann das mit TNT machen, dann sieht das vielleicht noch ein bisschen natürlich aus. Ja, aber geil, doch, man könnte halt echt wirklich, dass wir so Floating-Berge haben. Also ich stehe erst mal in Haus. Meiner floated ja auch für die, ein Stück von dem floated ja sogar. So. So, Yves, ich hab die Brücke vollendet. Wo bist du? Ich bin hier unten und sammel Sachen, Essen ein. Ja, ich kann dir was geben, komm zu mir. Ich muss sowieso hier Ressourcen farmen. Ich mach auch bei dir jetzt, weil ich so lieb bin, eine unendliche Wasserquelle. Hast du schon einen Eimer? Ja, zwei. Ich hab sogar einen schon geschenkt. Was? Ja, Niko, komm gucken. Ich hab was für dich gebaut, Niko. Yves, wenn du willst, ich schenk dir auch einen. Ja. Ja. Das Huhn läuft vor mir weg. Ich bin so ein Kackopfer. Aber ich hab's jetzt. Jens, warum baust du das auf mein Grundstück? Ich hab dir doch eben gesagt, ich baue das bei dir. Ja, aber wo soll mein Haus hin? Ja, hast du gesagt, ja, okay. Und ich so, ja. Ich hab das nicht verstanden. Toll, du. Wo soll mein Haus hin? Guck doch, weißt du, ich baue hier extra ein Herz für dich. Warum baust du das auf meinem Grundstück? Woher, du Trüppel? Ah, mit den Seeds. Ah, jetzt seh ich das, ey. Du bist ja ein richtig guter Freund. Ich nehm die jetzt wieder. Du hast meine Treue. Du hast meine Treue. Du hast meine Treue, wenn du deine Samen herkriegst. Ich hab drei in meiner Treue. Hört sich auch falsch. Ja, toll. Und Bantien, Zaha. Warum ist, warum ist Deena bei uns? Der, äh, laut. Wo ist der? Channel. Richtig schlechter Freund. Hallo? Hallo, Deena. Hört sich stumm geschreit. Wir sehen dich, du kannst uns nicht ausspionieren. Du Verbrecher aus der Wüste. Können wir das jetzt bei dir lassen, Nico? Ja, für eine gewisse Zeit schon, aber nicht für immer. Nein, also jetzt nur so vorübergehend, dass jeder Leben kauft. Forever ever? Ja, wir können auf jeden Fall schon mehr als dreimal ernten. Kann man Aufzüge bauen eigentlich? Klar. Ja? Ach, sowas, was Spark hatte, oder? Wo man von so einem Boot ins nächste, war das der Aufzug? Ja, das sind langweilige Aufzüge. Ja, ich wollt grad sagen, der muss ja noch selber klicken, dass er... Wo sind wir denn hier gelandet? Wenn wir selber klicken müssen, Yves. Also kann man was sozusagen irgendwo unten einsteigen und kommt oben raus? Ja. Ist Deena immer noch hier drin? Ja. Ja. Der ist ein richtiger Spion. Ah, der spioniert uns aus und gibt dann die Daten an Revi weiter. Deena ist übrigens neu wieder in Craft Week 4 mit der Wahl. Er hatte ja schon mal einen kurzen Auftritt in Craft Week 2. Wer sich erinnert, er hat meinen Baum abgefackelt. Es wird dieses Jahr auch einen Weihnachtsbaum wieder geben und es wird wahrscheinlich... Stimmt, ich bin wieder an Weihnachten. Ich werde den Baum diesmal nicht bauen. Stimmt, wir sind ja wieder Weihnachten. Ich baue den Baum. Okay. Hast du noch Samen, Yves? Ich habe zwei Seeds. Ich komme jetzt mal wieder zu meinem Berg hoch. Bist du da unten? Ich glaube, ich sehe dich. Bist du da unten in der Nähe von der Lava? Ja, ich baue gerade so einen kleinen Übergang. Da bin ich nicht immer so komplett hier. Ich sehe es, ja. So eine Route muss ich mir immer bauen. Ich würde am liebsten da hinten in die Plains gehen, mein Wasser einmal ausspülen und alle Samen einsammeln. Ja, ne? Kommt man bei dir gut da runter, Yves? Nee, ich bin bis jetzt immer gestorben. Guck mal, Jens, wir sind ja gerade aneinander vorbeigelaufen, ohne dass jemand attackiert hat. Das wäre bei 95% der Mitglieder nicht nötig gewesen. Das stimmt. Einer wäre auf jeden Fall runtergefallen. Mindestens einer. Ich habe kurz überlegt, aber ich dachte mir so, nee. Ich habe auch kurz überlegt, aber ich dachte mir so, nee, mein Gott. So, wir sind bei 15 Minuten wieder. Ach komm, wir können ruhig 20 Minuten machen. Lass uns ein Brot backen, Mann. Lass uns ein Brot backen, Mann. Hast du schon, Weed? Also die Samen sind doch am wachsen und gedeihen. Ja, aber das können wir nicht mehr in der Folge machen. Das dauert ja bis gestern. Du bist immer so pessimistisch. Wir gehen jetzt da hin, dann sagen wir, los, wachscht. Ist jemand schon im Nether? Guck mal, die. Ich brauche auf jeden Fall ganz dringend Nether-Quarz, weil ich will ein weißes Haus. Hat jemand will, dass da für mich Willend? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Egal. Das ist aber auf jeden Fall lustig. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Guten Tag. Habe ich euch eingesteckt? Entschuldigung. Es regnet. Ja, es regnet. Ist das gut? Aber der Zinus hat den Drachen schon. Ja, dann wächst das schneller. Echt? Echt? Bäume auch? Nein, ich glaube nicht. Aber du brauchst hier auf jeden Fall. Ich glaube nicht. Ich glaube, du brauchst hier auf jeden Fall kein Wasser mehr. Aber guck mal doch, mein Baum ist gerade instant gewachsen. Echt? Ja. Also der ist gerade in dem Moment gewachsen. Das war Zufall wahrscheinlich, aber vielleicht auch nicht. Ich bin so unkoordinierter Trottel. Ja. Was? Hat jemand ja gesagt. Nein, guck, das wächst echt schneller. Echt? Wachsett und lebt jeden Tag. Zur Not kannst du doch auch cutten, bis wir das erste Dings haben. Hey. Das erste. Hey, sag so. Ich lass aber die Kiste einfach da stehen. Wer ist jetzt noch auf? Zinus! Zinus! Ja, meinst du? Wir sind ja aus Spaß hier in Aufnahme. Denkst du, wir unterhalten uns, oder was, du Trottel? Nein. Ich bin wieder weg. Oh nein. Was? Hey, yo. Wo baust du, Zinus? Hey, yo, Minecraft-Freunde. Zinus. Minecraft-Friendis. Wo baust du? Ich schick dir die Cordis, okay? Ja, sag. Ja. Die Cordis. Wie weit ist das vom Spawn? Wird das schon wieder dunkel etwa? Ja, weil wir leben hier mit Yves, Sparks in der Nähe, Yen. Ja, ich weiß, wo du bist. Ich bin auch in der Nähe. Ich bin auch in der Nähe. Ja, okay, sehr gut. Das wird, denke ich, in den nächsten Tagen sichtbar sein. Ich bin auf dem Berg, aber. Ja, ich auch. Okay, nein. Ich denke mal, das wird sichtbar sein, sobald ich weiß, in den Häusern. Was? Ja, mein Haus wirst du sowieso sehen. Alter, das ist locker 200 Blücke weit weg von hier. Ja, aber ich kann... Ja, das geht. Wir brauchen Elytras. Nico, hast du einen Knochen? Ich hab keinen Knochen. Warum nicht? Ich bin auch Eisen. Baloui. Baloui. Ich weiß, wo Baloui lebt. Dort war ich vorher gerade. Soll ich schon mal eine Map zeichnen, wo alle wohnen? Ja, mach das mal. Wäre ganz gut. Ja, ich müsste so eine Karte kriegen. Drop AWP, please. Wo wohne ich denn? Hä, hier ist gar nicht mein Berg. Drop AWP. Da, zieh. Zeppling, Zeppling. Ey, wollten wir jetzt nicht full buy machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, und danach eine Eko. Ach klar, hier ist mein Berg. Aber die Bäume sind alle gewachsen. Ja, Yves. Ja. Yves, hast du einen Knochen? Oh, nee. Oh, Geschenke. Kevin schon. Die hast du gefunden. Nein, Baloui gerade. Enttäuschend. Danke, Nico. Ja, sehr gerne. Eventuell habe ich das extra gemacht. Ich warte jetzt hier so lange, bis das Weizen gewachsen ist und wir ein Brot gebacken haben. Yves, glaub mir, das wird noch richtig lange gehen mit eventuell. Ganz so richtig lange. Alter, ich habe mich gerade mega... Ich kann nur wieder sprinten. Ich glaube, ich gehe mal sterben. Ich kann immer sterben. Wie geht denn nochmal so ein Eier? Yves, dieser halb fliegende Berg, der hinten ist voll geil. Gibt es noch Eisen? Nein, es ist elf. Ich habe Eisen, ja. Das wurde ersetzt durch Osmium. Osmium? Da kann man eine Pexel machen, weißt du? Ja, und Minecraft heißt nicht für Minecraft, sondern Titan 4. Echt? Ja. Nice. Yves, ich finde das nicht gut, was du hier machst. Was denn? Was denn? Ist das dein Haus? Ja. Ich glaube, du hast hier so ein Haus. Wie süß. Hast du dann vor, hier in Zukunft Kinder zu zeugen? Ja, lehn, kleine Lehmkinder. Hey, Kunga. Ja. Vielleicht gewinne ich diese Staffel Titan. Vielleicht gewinne ich die Staffel Craft Attack. Ich dachte, Craft Attack gewinnen. Lol, wieso sieht Lava so entgeil aus? Hast du Chroma-Else? Ey, Yves. Nein. Yves. Aber sieht das auch gut aus? Ich habe eine Idee. Komm mal her. Nein, du wirst mich da runter. Ich habe Sachen bei mir. Komm, ich höre. 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 Ich bin hinter dir. Der wird heißen. Nicht spring mal. Nein. Nein, 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 nein. Der wird heißen. Hololol. JB getötet. Schubs mich mal. Nein, warum? Doch, schubs den mal runter. Warum? Das kann ich nicht. Mach jetzt. Ich kann das gar nicht. Dann zieht der mich mit in den. Sag den. Nein. Du, Jens. Weißt du, jetzt kriegst du mehr Klicks auf dein Video, weil du mich getötet hast. Oh, der, boah. Du bist der Clickbait, aber jetzt ernst, oder? Ja, da kommt's auch wieder angeflogen. Huha, Trollolol, genau. Oh, hab ich gesehen. JB, rücksichtslos. Sinus, ich hab schon den ganz Kuhfarm alles, ne? Rücksichtslos in den Tod gestürzt. Genau, rücksichtslos, dreckig und unfreundschaftlich abgemurkt. Ich hab unter meinem Haus die geilste Höhle. Nein, nein. Was? Okay. Ich hab vergessen, dass ich hier keine Items bei mir hab. Das war grad ein bisschen unbeabsichtigt. Aber langsam können wir echt die Folge beenden. Wir sind bei 21 Minuten. Wir haben noch kein Brot, Mann. Ja, selbst schuld. Die selbst schuld. Aber guck, Yves hat schon einen Ofen. Yves hat schon eine Farm. Wenn du immer noch von den Skeletten bauen hast. Ihr könnt bei mir übrigens auch Bäume hier ab. Gib mal lieber einen Knochen von dir, Yves. Ich schneid mir einen raus aus meinem Po. Ich seh auch keine Skeletons. Einen Popoknochen. Okay, wie auch immer. Damit Nico nicht weiter weint, würde ich sagen, warst du erst mal für die zweite Folge Craft Attack. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Natürlich, nachdem ihr bei allen anderen auch diese Folge geschaut habt. Vor allen Dingen bei eventuell. Aber schaut nur eventuell bei der. Kunga hat bestimmt auch ein schönes Video hochgeladen. Ja, eventuell. Aber guckt bei Zinus nicht. Guckt bei Zinus nicht, weil der sich das Recht rausgenommen hat, einfach hier hinzukommen. Tschö. Ist echt so. Tschüss. 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 Tschüss.